Moin Moin liebe Leute, Willkommen bei Wolfsburg Gaming, ich bin Wolfsburg und heute möchte ich mit euch die fünfte Mission von Sheetball spielen, nämlich das Battle of Malaysia, aber zuvor etwas in eigener Sache. Ich möchte mich einmal recht herzlich bei euch entschuldigen, ich habe jetzt die letzten eineinhalb Monate so wie nichts hochgeladen oder wirklich gar nichts hochgeladen. Das liegt daran, weil ich privat sehr viel um die Ohren hatte, ich habe in meiner Weiterbildung jetzt gerade die ganzen Prüfungen gehabt, mit Facharbeit schreiben und zwei, fünf Stunden Prüfungen und ja, da musste ich ein bisschen lernen und deswegen, das geht natürlich vor, immer. Ich hatte ursprünglich eigentlich vor, noch was zu den Mount & Blade hochzuladen, aber Mount & Blade hat mich so enttäuscht, dass ich es dann gelassen habe. Ja, aber nichtsdestotrotz, wir spielen weiter Sheetball, da kam die neue Mission raus und ja, legt euch zurück, überlegt euch mal, wenn die Stiftung Warentest, Vibratoren testet, ist dann befriedigend besser als gut oder nicht. Man weiß es nicht. Wir sehen es auf jeden Fall gleich. Bis dann. So, und da sind wir auch schon. Alles klar, was haben wir denn hier? Wir sind hier anscheinend bei einer Belagerung. Warte mal, erst mal Map of the Area. Oh, jetzt gibt es eine Map. Okay, alles klar, anscheinend belagern wir hier irgendwas. Erst mal direkt Einheiten holen. Map. Ist das jetzt pausiert eigentlich? Scheint so, ne? Okay. Also, wir sind die Belagernden. Okay. Und in der Mitte sind 120, 90, 90, 90. Weiß ich noch nicht, was das bedeutet. Aber scheint, dass die Aufgabe klar ist. Ähm, haben wir wieder... Ja, das haben wir. Ne, das haben wir noch nicht. Okay. Ähm, ich würde sagen, wir gucken uns das erst mal aus der Nähe an. So. Ich muss erst mal wieder mit der Steuerung klarkommen. Ich habe schon länger nicht gespielt. Okay. Bekommen wir denn mehr Punkte? Bekommen wir schneller Punkte als der Gegner? Eine Stunde lang? Alter Falter. Okay. Okay. Alles klar, wie muss man denn da rangehen? Äh, Standarte. Standarte da. Standarte, damit wir direkt, wenn wir kämpfen, auch direkt Punkte für die Standarte bekommen. Erst mal Käffchen. Ansonsten irgendwas Neues? Ich sehe erst mal nichts. Also eine Map haben wir jetzt. Okay. 120. Es scheint auch nur einen Eingang zu geben. Okay. Okay. Machen wir mal hier lang. Ah, es gibt ja zwei Fraktionen. Können wir direkt mal... Was machen wir denn da? Limits. Damit wir direkt 25 Leute haben können. Okay. Ich sehe halt noch... Also wirklich nur ein Tor? Ein Tor und da müssen wir halt rein irgendwie? Da stehen sie. Ja, oh. Das soll... Direkt. Also ich bin... Ich bin gleich Tor. Attacker. Los Jungs. Greif der an. Oh, ich muss da rein. 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 Okay. Nein, ich bin tot. Enemy has Reinforcements. Okay. Reinforcements. Was soll das bedeuten? Kann ich das sehen? Nee. Mal erst mal Legionäre. Okay. Alles klar. Oh Gott, lass mich nur... Weg! Moment, warte mal. Alles klar, die haben Reinforcements. Ähm. Hm. Von wo kamen die? Von da, ne? Okay. Die stehen da jetzt doof rum. Das heißt, ich muss mich jetzt während... Also, ich während ich angreife... Werde ich von hinten angegriffen, oder was? Ich belagere, ja. Also würde ich jetzt erstmal davon ausgehen, dass ich versuchen muss, diese Burg einzunehmen? Gibt's schon? Nee, keine Punkte. Erstmal die 25 Leute, und dann versuchen wir's nochmal. Vielleicht sollten wir mal ein bisschen Geld abwarten. Oder müssen wir mit Verteidigern arbeiten? Wir versuchen's nochmal. Wir versuchen wieder unsere... Javelin-Künste... ...die heute nicht so wollen. Okay, Rückzug. Taktischer Rückzug. Oh shit, mein Standard ist auch wieder tot. Hm. Sollten wir vielleicht wirklich... Jungs, da ist noch einer. Attacke. Okay, jetzt ist er weg. Wir arbeiten mal... ...mit Verteidigern. Aber sie versuchen auch Ausbrüche. Das ist doch schon mal... Auf jeden Fall der... Anyway, das ist gerade nur Reinforcements. Wo? Da! Alter Falter, okay. Das wird interessant. Okay, also... Los. Attacke, Güney. Auf der Glorie von Rum. Was? Rum? Nö, Rum. Rum ist gut. Okay, müssen wir jetzt hier... Ich glaube nicht, dass die Verteidiger ausreichend werden. Wenn ich hier fünf, da fünf und da hinten fünf Verteidiger hätte... Da hätte ich nur noch zehn Einheiten, um anzugreifen. Das ist ein bisschen dürftig. Das ist ein bisschen... Außerdem... Schwierig. 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 Da kommt sie schon wieder, krass. Mal diesmal... Ein bisschen zu sehen. Hier, Javelins. So. Nimm mal rein, na. Weißt du was? Wir gehen direkt zum Gegengangriff. Wir gehen direkt zum Gegengangriff. Gucken mal. Was sagen die Javelins? Ah, noch 30 Sekunden. Scheiße. Enemy gut. Wo sind sie nun? Ah, die kommt von dieser Seite. Okay, also man muss das schon irgendwie richtig abpassen, so alles. So. Jetzt haben wir wieder 200 Gold. Wie machen wir das? Äh... Respawn Time. Wie sollten die... Das Horn wäre eigentlich gar nicht mal... Das Horn. Das Horn ist gut. Attack Speed. Zack. So. Dann werden wir nochmal die Stammdarte aufrüsten. Oh, wir haben sogar drei schon. Okay. Dann sollten wir schon mal ein bisschen mehr Kraft haben jetzt. Ich weiß noch nicht, wie ich... Alter, eine Stunde. Das ist schon krass. Trefft ihn nicht. Ah, jetzt. So, und noch einer. Und der noch. Und noch einer. Hab ich. Ich glaube, ich hab... Ich weiß noch lange. Weiß. Oh. Toll. Shit. Wie soll man das denn machen? Oder ist das hier echt einfach nur halten? Alter Falter. Okay. 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 Warum hab ich keine Waffen? Ich hab keine Waffe. Warum hab ich denn keine Waffe? Ah, jetzt hab ich auch wieder eine Waffe. Danke dafür. Da fliegt er, Alter. Okay. Jetzt mal ganz ehrlich. Wie soll man das denn jetzt machen, ey? Du kannst... Das ist ja fast wie bei der letzten Mission, wo du nicht in die Burg da kommst. Ich mein, von den Punkten her gewinnt man. Von den Punkten her gewinnt man, aber... Ich bin mir da ganz unseher. Wo kommen sie jetzt? Da. Okay, man muss halt immer darauf reagieren, aber... Scheiße. So, du, du, du. Nee, hier sind alle weg. Und die stehen da einfach nur rum. Die hätten das schon lange einnehmen können. Okay. Käfchen. Das kann man jetzt nicht alles gewesen sein, oder? Attacke, Jungs. Einfach Heuna. Wir sind drin, wir sind drin. Nicht bewegen, Jungs. Einfach ausharren. Einfach ausharren. Okay, alles klar. Jetzt attacke. Okay. Nice. Wir sind drin. Das geht auch einfach. Bin ich tot? Oh Gott, nee. Gleiche Waffe. Los, Attacke, Jungs. Alter, das wäre... Werden wir von den Sperren angekommen? So, nochmal zwei Punkte. Das nochmal und dann noch mehr Angriff. Dazu haben wir Kohle. So, 300. Ja, haben wir. Okay. Horn-Cool-Down-Runner. Shit. Ich bin tot. Fuck. Okay. Okay. Die werden das jetzt drin einnehmen, natürlich, ne? Reinforcements. Ich steck fest! Ich steck fest! Nein! Lass mich dran! So, ein Dreck. Okay. Okay. Hier müsste noch irgendwo irgendein Punkt sein, oder? Hier? Ja doch, der müsste hier direkt sein. Okay. Okay, wir haben jetzt die Burg, aber wir haben draußen unsere Punkte verloren. Sehe ich das richtig? Wahrscheinlich, ne? Ja. Okay, das kriegen wir hin. So, unsere Verteidiger sind auch tot. Aber wir sind jetzt hier... Was macht Gyni denn da schon wieder? Ein paar Wegfindungsführigkeiten, würde ich sagen. Oh! Oh! Kommt schneller! Jungs, ihr macht das! Bleibt einfach an. Einfach angreifend. Die sind auch ein bisschen Hirn-Tot gerade. Okay. Was kann ich denn hier... Was ist denn mit euch? Jungs, ihr müsst das auch... Alter, da kommen ja Leute. Oh, shit. Alles klar. Oh, shit. Holy crap! Okay. Um... Okay, wir haben verteidigt. Oh, ne. Taktischer. Shit. Oh nein, Jungs. Greif doch an. Shit. Ich habe doch gesagt, dass die angreifen sollen. There are no enemies. Wollt ihr mich verarschen? Das ist Taufen. Einfach immer rein. Immer rein. Okay, das Problem ist jetzt, jetzt habe ich zwar die Burg, aber die kriegen jetzt schneller Punkte. Ich habe hier ein... Das könnte problematisch werden. Und vor allem... Genau das. Okay. So, Standarte, äh, was hatte ich? Das, und dann machen wir das. Okay. Fuck, ey. So kriegen wir... Haben die jetzt überall so eine Armee stehen? Nee, haben sie nicht. Okay. Squad! Kill dem! Kill dem! Ja! Ja! Ich sehe wieder nichts wegen dem Typen hier. Okay, ich habe jetzt 19 Leute. Die nächsten 200 Gold werde ich dazu verwenden, dass das Torsteller repariert wird. So, jetzt habe ich da zwei stehen. Ne, drei. Dann müsste ich da auch drei stehen haben. Sehe ich das richtig? Ja. Okay. Das geht. Ne, shit. Ich stelle mir rein. Okay. Die müssen schon werfen, ja. So, schneller reparieren. Repair time. Flag protection. Oh, das sollte ich vielleicht auch noch mal gleich machen. Lose! Ready! Okay, wir haben wieder einen Punkt. Oh, Rainer. Die haben sich verbündet, die Schweine. Oh, schön. Das ist so kleine... Nee, komm mal jetzt nicht mehr. 200. Wir haben... Healing Aura. Ja, das wollten wir auf jeden Fall... Oh, ab... Oh. Ich habe die ganze Zeit das Horn gar nicht eingesetzt. Idiot. Okay, das könnte natürlich noch mal... Oh, Level Up. Könnte natürlich noch mal ganz... So, was war das noch? Gold... Ach, das war Gold pro Minute, ne? Hm. Nee. Einen davon? Einen davon, bitte. Wir lassen das pro... Mit der Gold pro Minute, das lassen wir komplett. Alter. Na? Ach, guck... Ja. Das Tor ist zu. Wir versuchen, den zweiten Punkt einzunehmen. Und dann... Chargen wir von hinten da rein. Hoffentlich habe ich mich jetzt nicht verdattelt, äh. Es scheint fast so... Als wenn es tatsächlich reicht. Okay. Wenn das jetzt richtig läuft... Dann könnte es sein, dass wir das jetzt gewinnen. Wo ist die Flagge? Okay. Die werden jetzt die Flagge einnehmen, dann werden sie das Tor angreifen. Ich hoffe, ich habe genügend Zeit, um von dieser Flagge... ... zu der Flagge zu gehen und den dann in der Hinter... ... von hinten anzugreifen. Und das... ... das Tor bis dahin hält. Das ist bis dahin... Also, dass es schon wieder so weit repariert ist, dass... ... der Flagge kann... ... die Flagge und die Anlieferen... ... wie lange herrücken. Nein, die kommen genau in die Mitte. Okay, wie schwer Risiko. Wir nehmen den Punkt ein. Wir sind da durch. Ah, Jungs. Los, macht sich der weg. So, alle wieder da. Wir können jetzt direkt nochmal Protection Aura. Äh, das, das. So, fertig, Alter. Oh, kommt schon. Kommt schon. Sind die? Ja, wir haben es geschafft. Sehr geil. Sehr geil, sehr, sehr geil. Okay. Alles klar. Ja, das war Shieldwall, die neue Mission. Äh, First Try, würde ich sagen. Alter, coole Mission. Hat ein bisschen, tatsächlich, ich habe erst gedacht, so, ja, ist doch geil. So leicht, lässt man einfach die Zeit ablaufen. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich funktionieren würde. Ich habe nämlich das Gefühl, dass es gab, dass die Intervalle, wo die Gegner gekommen sind, immer schneller, äh, waren. Hm. Also, dass das immer verkürzt wurde. Weiß ich nicht. Vielleicht wäre das gar nicht gut gewesen. Ich glaube, wir haben da eine sehr gute Taktik gefahren. Äh, ja. Auf jeden Fall, danke an die Macher hier an dieser Stelle. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne, äh, einen Daumen da. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Und dann sehen wir uns, äh, wahrscheinlich dann nächste Woche. Ich habe da schon ein, zwei neue Spiele, die ich nochmal anzocken möchte und euch daran teilhaben lassen möchte. Ansonsten wisst ihr ja, macht's nicht gut, macht's nicht besser. Wir sehen uns. Bis dann. Wir sehen uns, äh, Wir sehen uns, äh,